Das sind jetzt die Bezüge, die der Gölkern verkauft. Wir haben uns dann eigentlich zusammen feiern können. Happy Birthday! Darling, you know she had a birthday? Okay, Linktree, dann zeige ich das mal auch dem Fredi, wenn ich mich mit dem wieder treffe. Also Linktree ist quasi eine Seite, die kostet aber eigentlich Geld. Und ich habe das jetzt über Canva gemacht. Canva ist so ein Grafikprogramm. Und was kostet sowas? Das kostet glaube ich 12 Euro im Monat. Also eigentlich nichts. Und da kannst du dann halt die Links einsetzen für was auch immer. Und TikTok mache ich halt. Also da habe ich jetzt auch mal geschaut. Das sind jetzt die Bezüge, die der Gölkern verkauft. Genau. Das Video habe ich... Guck mal, hier ist ein Watt. Ja. Schön. Und das war von meinem Elefantenaufflug. Letzten Jahr. Mhm. Schön. Das ist ja cool, ne? Kompliment. Ja, macht mein Kumpel in der Türkei. Über Trendyol. Trendyol ist ja weltweit vertreten. Da gibt es ja weltweit. Und der hat also... Bei Thomas gibt es einen LinkedIn dazu. Ich habe ihn wie... Ja, genau die... Ja. Also, siehst du ja hier. Mhm. Cool. Und was kostet sowas? Ich weiß gar nicht, oder? Äh, liebst drei Stück. Immer im Set. Mhm. Such ungefähr... 12 Euro. Für eins? Für einen, oder was? Nein. Für drei, das ist ja gar nichts. Für drei verschiedene Größen. Für den ganz kleinen, für den mittleren hier. Und für den großen. 12 Euro für drei? 360 Lira, oder so. Da kannst du ja nichts sagen. Also, ihr habt es gehört, wenn ihr das wollt, mit eurem eigenen Bild drauf. Ja, dann kannst du... Ist doch verrückt, was ihr das machen könntest, ne? Ja. Und vor allen Dingen, du erkennst deinen Koffer immer wieder. Du stehst nicht am Kofferband und wartest drei Stunden auf deinen Koffer, weil den hat ein anderer schon runtergenommen. Ist mir schon passiert. Ja, ja, da passiert es nicht. Ja, und so, da bin ich. Und ist ein wenig geschützt, ne? Genau. Ne, super. Coole Nummer. Ne, gut. Gute Idee, ne? Und ist ja wirklich kein Geld, ne? Bye, bye. Hi. Bis demnächst, ne? Tschüss. Wir sehen uns, ne? Warte beim Walde auch noch mal? Ne, gehen wir jetzt noch mal hin. Tschüss. 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 Den habe ich gerade aufgeweckt. Ja? Ja, ja, ich glaube, der hat geschlafen. Ah, super. Dann sag ich mal. Ja, genau. Ja, genau. So, die kleine, äh, 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 Numbers. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich schau dir. Okay. Ich schau dir. Die Later New ones. New ones. New ones. Yellow, green goldion. Die anderen waren auch in Gold? Nein, sie waren in Schwarz. Die Sonne hat den Herz sauber gemacht und alles weggeschrubbt. Da waren sie weg. Da müssen wir den Nummern kaufen. Jetzt sieht es noch besser aus. Hat wieder eine Aufwertung bekommen. Meinst du, sie hätten da was geklappt? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, aber wenn du jetzt einstellen willst, wenn der Eier kocht oder sonst, dann sehen wir uns nächstes Jahr. Das seid ihr ja nächstes Jahr zu meinem Geburtstag. Selina, Thomas, Walter und Tomfran. Und Tomfran. Ja, wir können das hier machen. Ja, super. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Und Christine? Ja, auch noch. 700 Kilometer. Und? Passt? Wir wollen nach Neu. 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 Also kurz vor Mediane. Kurz vor Laotischen Grenze. Neu. 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 Super! Give me five! Yeah!